Alter Vater, was glaubst du, was passiert da jetzt als nächstes? Glaubst du, da könnte irgendwie ein riesiger Dinosaurier oder sowas auf uns zukommen? Das wär ja mal mega krass, so mit Geistern, verstehst du? Das wär dann voll der coole Film. So stell dir vor, auch noch so mit Meerjungfrauen, die dann irgendwie angreifen, verstehst du? Und die geben uns dann ganz viel Geld, verstehst du das? Ja, meine Flo, das ist die beste Geschäftsidee, die ich jemals gehört hab. Puh, ist das scharf. Ja, ja, und die lesen uns dann gleichzeitig noch gute Nachgeschichten von Lamas vor, verstehst du das? Das ist die Geschäftsidee. Und jetzt kombiniere das noch alles mit Muffins. Echt jetzt? Aber da entstehen doch Krümel und die muss man doch dann wegstaubsaugen. Nein, dafür benutzen wir einen Panzer, aber dann mit Sonnenbrillen angezogen, oder nicht, damit wir cooler aussehen. Oh ja, das machen wir. Und damit einen wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Heute machen wir auf jeden Fall wieder mal was ganz Besonderes. Und zwar, dass mir die zwei, äh, Tutel, nein nicht Tutel, Tom, das wäre ja total falsch. Äh, die zwei, äh, Geschäftskollegen hier, mal ein bisschen diskutieren über ihre Pläne, was sie im Fernsehen gerade eben gesehen haben, wo gerade über Mumien diskutiert wird, ja. Äh, die diskutieren da jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Die haben da wahrscheinlich irgendwie gerade eine Geschäftsidee entwickelt, wie sie irgendwie mit Muffintörtchen und Panzern und angezogenen Sonnenbrillen irgendwas an Geld machen können. Weil wir haben nämlich nur 5000 Simoleons und sind da etwas arm dran, weil wir ja letztens einen Brand hatten. Wobei, äh, mir noch sehr viele in die Kommentare geschrieben haben, dass wir natürlich noch unsere Lampe hier setzen müssen, weil die ist etwas verkokelt. Bumm! Und schon ist sie wieder da. So, der gute alte Norbert schläft nämlich noch, was muss der denn gerade eben machen? Ja, der schläft gerade eben noch, mal gucken, wie dem sein Tag so aussieht. Äh, der müsste, äh, der ist gerade eben eingeschlafen und bei dem sieht es so aus, dass er gerade ein bisschen was an Energie noch zulegt und Florian ist zur Arbeit gegangen. Was nochmal ganz wichtig ist, man kann hier nämlich irgendwie was einstellen und zwar, äh, kann man hier rechtsklick bei Arbeit machen, ne, wie war denn das nochmal? Man kann ja auch irgendwie einstellen, dass man irgendwie hart arbeiten kann. Warte mal, Fähigkeiten, Praktikant bei der Arbeit, ideale Stimmung konzentriert. Tagesaufgabe, Schachspielen hat noch nicht begonnen. Äh, Roman Enderman, Roman kann jetzt am Computer oder im Tablet in Foren provozieren. Hoah, wir können auch ein bisschen ärgern, so wie, äh, so wie Norbert. Was machen wir denn gerade? Provozieren wir gerade im Internet andere Leute? Ja, das tun wir. Also, ähm, das können wir noch ein bisschen machen. Wir sind da ja ein bisschen kindisch und so unterwegs. Das ist ja, glaube ich, unsere Spezialfähigkeit, die wir haben, dass wir da ein bisschen kindisch im Internet sozusagen ein bisschen provozieren können. Ich glaube, das können wir ruhig mal machen. Das ist ja nicht gleich böse. Das hat ja nur ein bisschen was mit Unfug zu tun. Und was ich bemerkt habe, dass hier Herunterlade-Inhalte die ganze Zeit leuchtet. Ich glaube, da müssen wir einmal draufdrücken. Aber irgendwie ist das total blöd. So, fertig, aus Ende. Das brauchen wir nämlich nicht. So, denn heute müssen wir natürlich noch was ganz Besonderes machen. Wir müssen noch mit uns, sozusagen mit uns selber, äh, natürlich noch kurz aufs Klo gehen, weil dieses ganze Foren provozieren, das geht langsam auf die Blase. Und wir haben natürlich auch noch Träume. Und zwar möchten wir etwas pflanzen. Äh, platziere eine Blume, eine Frucht oder ein Gemüse in der Spielewelt. Klicke darauf und wähle Pflanzen. Äh, was? Klicke darauf und, äh, wähle Pflanzen. Sie können durch Ernten gesammelt werden. Äh, du kannst sie auch am Computer oder in der Pflanzenkiste kaufen. Wo ist denn die Pflanzenkiste? Kommt man, da gibt's hier irgendwo außerhalb der Stadt irgendwo eine Pflanzenkiste oder sowas? Warte mal. Können wir, oh, guck mal, da hat ein Mädchen seine Chipstüte oder sowas verloren. Was ist denn mit der hier los? Olivia Spencer Kim Levis, ja. Was ist das denn? Grundschulhausaufgaben. Wieso hast du denn deine Hausaufgaben da liegen lassen? Was ist los mit dir? Du kleiner Raudi. Oh nein, Roman ist zur Arbeit. Oh Mann, jetzt sind wir auch zur Arbeit. Das heißt, wir besorgen mal, äh, Hochzeitsrede. Roman wurde gebeten, auf der Hochzeit seines besten Freundes eine Rede zu halten. Endlich auf ein, äh, was? Endlich ein aufmerksames Publikum. Soll er auf Nummer sicher gehen und die Fehltritte des besagten Freundes unter Verschluss halten? Oder in der Hoffnung auf einen guten Lacher und vielleicht sogar einen Auftritt alles offenbaren? Äh, auf Nummer sicher gehen? Ordentlich über sie herziehen. Ja, Mann. Ähm, was? Wow, Roman hatte noch nie ein, äh, äh, enthusiastisches Publikum. Äh, es hat sich herausgestellt, dass dieser Zusammensetzung aus Familie und Freunden einen fiesen, äh, Sinn für Humor hat. Der Freund von Roman ist wütend, bei seiner eigenen Hochzeit so gedemütigt zu werden. Das verschafft Roman, äh, aber nur weiteres Material. Leistungsverbesserung? Klein. Okidoki, okisch, okisch, okisch. So, dann schauen wir mal, was mit Norbert abgeht. Der Norbert geht jetzt erstmal kurz aufs Klo. Danach ruht er sich erstmal was zu essen. Und was gibt's denn da? Äh, äh, Katerer engagiert. Nee, zum Mittagessen. Mittagsservice passieren. Schnelle Mahlzeit essen. Da isst du jetzt mal ein bisschen, äh, Joghurt. Das ist gut. Flo hat das auch gegessen. Da spulen wir jetzt erstmal vor, damit du das mal fertig hast. Guter, alter Norbert. Denn heute gehen wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, in den Pflanzenladen und bestellen deine Bäume. Weil irgendwie müssen wir nämlich Bäume für dich bestellen, damit du nämlich, warte mal, kann man hier nicht auf die Straße klicken, nicht hier hingehen. Aber wo kann ich denn, äh, aktuell ein Grundstück zentrieren? Wie kann ich denn in die Stadt oder sowas fahren? Hier Baumodus, Welten verwalten, herunterbare Inhalte, Galerien öffnen. Was ist das denn? Querschnittwände? Nee, nee, nee. Das möchten wir ja nicht. Wir möchten, äh, Simiologie, Inventar, Beziehungen, Fähigkeiten. Harter Kerl beginnt in drei Stunden. Oh Mann, das heißt, der muss ja auch noch zur Arbeit. Das heißt, wir müssen warten, bis die anderen nach Hause kommen. Und dann müssen wir einkaufen gehen, so wie es aussieht. Weil dann können wir hier nicht irgendwie Rechtsklick oder so machen? Sag mal, können wir nicht draufklicken? Outfit ändern, joggen, mit sich selbst reden? Sag mal, können wir nicht theoretischerweise hier ein bisschen rumscrollen? Doch, klar können wir das. Also, aber wir können irgendwie nicht weiter rausgehen, als hier die Kamera erlaubt, ne? Könnten wir nicht irgendwie hier hinklicken oder irgendwie sowas hier? Vielleicht, äh, zur Stadt gehen oder so? Kann mir das mal jemand in die Kommentare schreiben, wie ich mir, äh, sozusagen, wie ich zum Supermarkt kommen kann? Muss ich... Ah, ich glaub, ich weiß, wie ich zum Supermarkt kommen kann. Ich glaub, dafür hätten wir sogar vielleicht Zeit. Warte mal, wir gehen hier drauf. Warte mal, die haben doch irgendwie ein Handy oder sowas parat. War das nicht irgendwie so? Warte mal, hier hingehen. Scheint mal bitte deinen Computer aus! Provozierst du etwa wieder Leute im Internet? Äh, okay, gut. Da kannst du noch mal von Glück reden, dass ich das nicht gesehen hab. So, wir drücken jetzt da drauf. Äh, joggen gehen, Outfit ändern, mit sich selbst reden. Erstmal das Outfit ändern in natürlich die gute alte Alltagskleidung. So, das hätten wir erstmal. Und jetzt müssen wir doch nur noch eigentlich theoretischerweise dein Handy. Da ist das Handy. Und dann können wir uns hier auf Reisen drücken. Dann Reisen, Haushalt umziehen lassen. Reisen, wir möchten... Lade bis zu sieben andere Sims ein zum Reisen. Freunde, Haushalt... Nein, 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 ich möchte keine Reise so, sondern irgendwie anders. Äh, warte mal, Karriere, Haushalt, Unterhaltung, äh, Sozial. Nee, 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 ich möchte schon reisen. Reisen, äh, wie kann ich denn reisen? Ich möchte alleine reisen. Aber wohin? Wohin reist du? Oh mein Gott! Was ist passiert? Achso! Jetzt kann ich hier auf Zurück zur Welt wählen. Warte mal, wie komme ich zum Supermarkt? Wo ist hier ein Supermarkt? Äh, Reisen mit Fischgang. Sag mal, nein, nein, nein. Was ist das denn? Mungiola, Pummel, nein, 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 nein. Hier möchten wir nicht hin. Warte, warte, warte. Wir möchten nicht reisen. Reisen mit Fischgang, abbrechen. Wie komme ich denn in die Stadt? Gut, pass auf, ich nehme nochmal hier, ähm, das aktuellen Grundstück zentrieren. Nein, Telefon. Hier muss es doch irgendeine Funktion geben, wie Taxi anrufen oder sowas. Karriere, Haushalt. Äh, Urlaubstag nehmen, Verbrecher. Hier, Urlaubstag nehmen, Service engagieren. Äh, Service engagieren. Sag mal, kann man da irgendwie Pizza-Service? Einmalige Haushaltshilfe, regelmäßige Haushaltshilfe, Reparaturservice. Nein, das brauchen wir gar nicht. Aber das ist sehr interessant, dass es sowas gibt. Äh, Jobs suchen, Job kündigen. Äh, warte mal. Im Internet surfen, Spiel spielen. Einladen, auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Gesellschaftliches Ereignis planen. Äh, Haushalt umziehen lassen, reisen. Hä? Wie komme ich denn bitte schon in die Stadt? Kann ich denn hier nirgendwo in der Stadt einkaufen gehen oder sowas? Oder kann ich mir nicht irgendwie Samen im Internet bestellen für Bäume oder sowas? Okay, pass auf, Norbert, dann machen wir das anders. Währenddessen du deine Milch trinkst, setzt du dich bitte auch gleichzeitig hier drauf. Bitte beeil dich, weil du musst nämlich in einer Stunde zur Arbeit. Das heißt, du hast nicht mehr so viel Zeit. Komm, ruf da auf den Stuhl und dann im Internet, äh, Bestellung, äh, Bücher kaufen, Samen kaufen. Und zwar Samen für Einsteiger. Äh, aber wir brauchen Bäume. Kräuter, Gemüse, Früchte, Blumen für Einsteiger. Kräuter für Einsteiger. Wir brauchen richtige Bäume. Warte mal, wir können uns ja theoretischerweise auch irgendwie ein bisschen Gemüse holen, ja? Weil wir brauchen nämlich sowieso ein bisschen Gemüse. Das heißt, wir bestellen uns da irgendwie mal so 10 Samen für 5 und 3. Alter, ein Samen für 35 Simoleons? Dafür arbeitet Norbert 5 Tage oder so, weil er irgendwie nur 70 pro Tag verdient. Aber wir bestellen die jetzt einfach mal. Vielen Dank für deine Bestellung. Du findest die Norbert gekauften Gärtner-Einsteiger-Pakete in seinem Inventar. Okay, äh, wo ist das Inventar jetzt von ihm? Ich glaube, das hier ist das Inventar, ne? Und da haben wir jetzt sozusagen die normalen Blümchen. Und dann ein Basispaket für Gartengemüse. So, also ich würde mal sagen, der gute alte Norbert kann hier mal irgendwie mal hier hingehen. So, und dann irgendwie können wir wahrscheinlich dieses... Ne, das können wir da einfach nur hinlegen. Aber, warte mal, können wir nicht einfach hier Samenpaket öffnen? So, äh, kannst du das öffnen, Norbert? Also, dass du das hier so ein bisschen aufmachst oder so? Warte mal, so, perfekt. Das heißt, wir haben hier ein Samenpaket. Das heißt, wir haben Spinat, wir haben Pilze, wir haben... Oh, Karotten! Ja, Inwelt platzieren, Karotte essen, pflanzen. Zieh das Objekt in die Spielwelt, um diese Interaktion anzuwenden. Sag mal, können wir das auch irgendwie in ein anderes Inventar platzieren? Oder müssen wir das dann mit Roman kaufen? Weil Roman hatte ja eigentlich... Warte mal, wie lange arbeite ich eigentlich? Warte mal, wir können das ja mit Norbert später noch ein bisschen anpflanzen. Geh da! Ich bin wieder zu Hause und Norbert geht jetzt auf die Arbeit. Perfekt. So, äh, wie machen wir das? Wir pflanzen das einfach mit mir an. Und ich setze mich jetzt auch noch mal kurz an den PC. Komm, Roman, bevor du jetzt was essen gehst oder sowas in der Art, erst mal hier was anderes machen. So, wir haben jetzt sowieso ein bisschen Geld verdient. Gehen wir noch mal hier Bestellung, Samen kaufen. Dann bestellen wir uns ganz viele... Ganz viele Karotten, damit wir ihn ein bisschen anpflanzen können. Oh nein! Dein Wunsch ist ja weg. Warte mal, er möchte baden. Aber wir haben keine Badewanne, Roman. Vergiss es, Alter. Wir gehen jetzt erst mal Samen anpflanzen. Das, was du wolltest. Ach so, lol, er will duschen. Ja, okay, komm, lassen wir ihn schnell duschen. Und das spulen wir da ein bisschen vor, damit der Junge nicht allzu böse ist, ne? Spaß kann er gleich eben bekommen, wenn er gleich Karotten anbauen geht. Darauf hat er sowieso Lust. Das weiß ich nämlich selber, weil ich bin das ja. Ähm, so, und Hunger geht ja eigentlich noch bei ihm. Das heißt, wir gehen jetzt in sein Inventar. Öffnen hier dieses Samenpaket. Wir gehen uns... Äh, wir begeben uns jetzt nach draußen. Und? Oh nein! Du hast ja gar keine Karotten bekommen. Aber warte mal, da müssen wir, glaube ich, noch mehr Samenpakete öffnen. Vielleicht gibt es ja gleich noch ein bisschen mehr. Lol, das ist sowas wie Case Opening. Wie cool ist das denn? Kriegen wir hier keine Dings raus? Sag mal, haben wir uns Blumen? Oh nein, wir haben uns Blumen gekauft. Oh, Florian, geh vom PC weg. Oh, warte mal. Florian, bitte PC ausmachen. Du geh... Roman, du gehst da jetzt nochmal kurz hin. Gleich, wenn der gute alte Flo da jetzt gleich weggeht, ne? Du kaufst dir jetzt nochmal die richtigen Samen. Du, Roman, du hast ja das Falsche im Internet bestellt. Und Flo, du gehst jetzt bitte woanders hin. Hier hin. So, damit wir jetzt wieder ein bisschen was bestellen können. Denn wir müssen jetzt hier eine Bestellung wieder tätigen. Samen kaufen. Warte mal. Oh nein, wir haben uns Blumen gekauft. Tatsache. So, hier, das hier müssen wir uns kaufen. So, wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Und jetzt können wir die Samenpakete öffnen. Und hoffen, ja, da haben wir eine Karotte bekommen. Mal gucken, was aus dem Case Opening auch so rauskommt. Zwei Karotten. Oh, bitte noch ein bisschen mehr. Drei Karotten. Okay, warte mal. Oh, bitte, bitte. Noch ein. Oh, vier Karotten, vier Karotten. Und, okay, vier Karotten, 16 Spinat. Dann haben wir hier noch ein paar Blumen und 15 Jumping-Jongs. So wie es aussieht, sind halt eben die Karotten das Seltenste. Kann ich aber auch gut nachvollziehen, dass es das Seltenste ist. Warte mal. Wir zoomen jetzt hier nochmal ein bisschen raus und gehen jetzt mit Roman hier hin. So, äh, und platzieren hier erstmal die guten alten Karotten hin. So, nein, nicht auf dem Boden platzieren, sondern anders. So, wir gehen jetzt hier drauf und hier in Welt platzieren. Karotte essen, pflanzen. Ziehe dieses Objekt in die Spielwelt, um diese Interaktion anzuwenden. Okay, das heißt, wir platzieren das jetzt hier hin, so, ne. Und danach, warte mal, hier nochmal hin, hier nochmal hin, hier nochmal hin. So, dann hätten wir alle Karotten dahin gelegt. Und jetzt kann eigentlich theoretischerweise Roman hier auf so eine Karotte, nein, nicht Karotte essen. Du sollst die anpflanzen. Roman, geh nicht weg. Iss mindestens, geh da hin. Und, nein, Roman, nicht aufs Sofa draufsetzen. Das macht jetzt Flo, weil Flo sein Arbeitstag war ein bisschen härter. Ähm, du musst jetzt so eine Karotte anflaschen. Oh mein Gott, Zoe Petty möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Oh mein Gott, Zoe Petty möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Oh mein Gott, das ist die, die uns letztes Mal abblitzen lassen hat. Roman, du musst jetzt deine Chance nutzen. Die Karotten können warten. Okay. Äh, Zoe Petty kann gerne vorbeikommen. Roman, hast du gehört? Kannst du mal bitte dein grimmiges Gesicht mal hier wieder wegnehmen? Äh, du, Zoe Petty kommt vorbei. Das ist nie von letztem Mal. Kannst du dich doch erinnern? Hey, guck mal, Roman, da ist sie. Was ist mit dir los? Stinkst du? Nein, du hast aber wenig Spaß. Warte mal, dann rede sie doch mal an. Äh, Ärger in der Luft machen, nach Karriere fragen, äh, bitten zu gehen, äh, von Ideen erzählen, Tag verschönern, äh, wie wär's mal mit, äh, mit Karriere fragen. Du, du darfst sie nicht einfach so abblitzen lassen. Mach die Tür auf, Roman. Mach die, äh, Tür abschließen, als, äh, als Haustür festlegen. Ja, das ist schon die Haustür. Roman, hol sie rein, bitt sie rein. Bisschen, guck, lockere Unterhaltung. Ja, genau. Hi, ich bin's, Roman. Ich bin grad etwas schlecht gelaunt. Haha, Roman, bitte, bitte reiß dich einmal zusammen. Pass auf, du kannst, äh, über Probleme beschweren, weggehen, Tag verschönern, schmeicheln, nach kleinem Kredit fragen, bitten zu gehen, äh, mehr Auswahl, überspielt, äh, Tag verschönern. Roman, verschöner ihr den Tag. Komm schon, das, du, du kriegst das schon hin. Das ist ein nettes Mädchen. Du bist wie ein Törtchen, super süß. Oh, dankeschön, das ist ja sehr nett. Haha, das ist wirklich ein nettes Kompliment. Oh, echt? Ja, daran hab ich die ganze Arbeit nur drüber gedacht. Und jetzt könnten wir theoretischerweise eine Pommes essen gehen. Meinst du, aus so einer leckeren Mülltonne raus? Haha, ja. Ach man, du kleiner Scherzkicks. Lass uns lieber ein Gedicht schreiben. Okay, aber nur, wenn's um kulturelle Dinge geht. Okidoki, Agishoki. Von mir aus auch über Paketträger oder sowas in der Art. Das würde bestimmt auch lustig werden. Oder vielleicht über Bongos. Ja, Bongos sind lustig. Oh, ja, Roman, du hast... Genau, nice, Roman, du hast sie umarmt. Wow, super cool. Also, Videospiele und Autos find ich super cool. Ich weiß, dieses Thema interessiert dich kaum. Aber komm doch einfach mal herein. Äh, Flo hat nämlich Käse-Savages gemacht. Alter, Vater, welche Qualität haben die? Äh, Grillkäse-Qualität ausgezeichnet. Alter, Vater, Flo ist voll gut im Kochen. Nein, Flo, du musst da weggehen. Ich muss mit dem... Ich muss mit dem Mädchen zusammen essen. Du musst da weggehen und ich muss mich da hinsetzen. Tut mir leid, Flo, aber... Aber, aber, aber Zoe... Warte, wie heißt die nochmal? Zoe Paddle gehört mir. Tut mir leid, Flo. Geh aufs Sofa. Und Roman, du musst dich jetzt da hinsetzen, ja? Hier hin. Genau, das kriegst du hin. Sitzen. Wir müssen Flo auch noch ne Freundin besorgen. Da war doch letztes Mal beim Joggen so ne Blondine. Die müssen wir Flo besorgen. Also, naja. Also, warte mal. Jetzt müssen wir ja irgendwie mit dir reden. Irgendwie müssen wir ja... Wir müssen irgendwie Kompliment machen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Ja, das klingt doch gut. So. Ähm. Also, ähm. Zoe... Ich muss schon sagen, das ist wirklich lustig. Also, das Essen ist aber ganz schön scharf in eurem Haushalt, muss ich sagen. Pass auf. Du bist wie mein Daumen. Super. Äh, ja, dankeschön. Ich weiß. Also, ich muss schon sagen, mein Herz brennt förmlich von deinen Komplimenten. Und außerdem ist dieses Käse-Sandwich ultra scharf. Das ist echt atemberaubend. Naja, ich nehm jetzt erstmal noch ein Biss. Okay, äh, Roman. Du musst jetzt nochmal was anderes machen. Über Interessantes reden. Tratschen. Tiefgründige Unterhaltung. Nach Tagfragen. Danach musst du über Interessen reden, Roman. Äh, danach musst du irgendwie eine fesselnde Geschichte erzählen. Und danach könntest du vielleicht um einen hohen Kredit bitten. Äh, 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 tagverschönern. Und danach vielleicht über einen hohen Kredit bitten, weil wir nicht genug Geld haben. Werden wir von Zoe ein bisschen Geld bekommen? Mal schauen, wie es aussehen wird. Also, pass auf. Also, ich war mal Basketballspieler. Weil, naja, weißt du, ich hatte da richtig Lust drauf. Dann hab ich eigentlich ein ganzes Barbie-Haus gewonnen, weil ich da nämlich gewonnen habe. Und gleichzeitig gab's dann nebenbei noch ein paar Spielzeugroboter und sowas in der Art. Verstehst du? Genau, das war mein Style. Mein früheres Leben und so. Also, ich hatte da keine Gewitterwolken und sowas in der Art. Verstehst du? Das war sozusagen mein alter Lifestyle. Ach ja, das ist ja natürlich sehr interessant. Also, pass auf. Ähm, nein. Was hast du falsch gemacht, Roman? Roman, hast du schon nach dem Kredit gefragt? Ich glaube, ich hab nach dem Kredit gefragt und es kam falsch an. Also, dreckige Teller sind nicht so derbe. Also, naja, ne. Äh, ich bin... Okay, und was denkt über... Was denkt sie eigentlich die ganze Zeit nach? Nur über irgendwie um sie selber und was weiß ich, ne? Die ist irgendwie die ganze Zeit nur am scharfen Essen. Essen hat sich noch nicht an das scharfe Essen gewöhnt, so wie es aussieht. Und wir sind irgendwie sehr... Wir haben irgendwie sehr wenig Spaß. Also, theoretischerweise würde ich ja statt so einem Grillkäse natürlich ein leckeres Essen essen beim Restaurant oder sowas. Zwischendurch könnten wir vielleicht auch ein bisschen was zeichnen oder sowas. Irgendwie mit Parketträgern oder sowas. Verstehst du, Roman? Das wäre doch super. Genauso wie Baseball. Du magst doch Baseball, Roman. Na ja, also, wenn's in Büchern drin steht, dann gefällt mir das auch. Ja. Also, ich bin ein echter Baseball-Fan. Ja, ja. Du denkst, du bist ein echter Baseball-Fan? Dann beweist es mir doch. Ja. Kann ich's machen. Pass auf. Ich finde Panzer cool, weil Panzer, die sind schon grün. Genauso wie ein grünes Bettchen. Und, äh, Bettchen sind auch cool. Oh ja, das stimmt allerdings. Also, wenn, wenn es gibt so Bettchen, die würden zu dir passen. Auch grüne. Oh Mann, Roman, du hast gerade eben Schrott gelabert. Denkt dir was Cooles aus? Mal gucken, wir müssen da jetzt irgendwie wieder was ausdenken. Mehr Auswahl, über neueste Spiele reden, schmeicheln, schmeicheln, Roman, das kriegst du hin, Mann. Äh, gemeinsames Foto machen. Ein Selfie hat noch nie geschadet. So, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Oh, geht sie nach Hause oder sowas in der Art? Nein. Ähm, pass auf, was machen wir? Alter, Selfie. Oh, Roman, du hast dein erstes Selfie mit ihr geschossen. Das hast du echt gut hinbekommen. Das war fast genauso schön wie ein Biss von einem Hühnchen. Oh ja, genau. Ein Biss von einem Hühnchen, klar. Haha, ganz vergessen. Ich bin ein richtiger Trottel. Also, ich geh doch mal aufs Klo und du kannst mal gerne nach Hause gehen. War zu euren Bitten zu gehen. So, und wir gehen jetzt erst mal aufs Klo, weil inzwischen haben wir keine Zeit mehr. Wir haben heute wieder nichts hinbekommen, weil da draußen warten nämlich Karotten auf uns, die irgendwie noch nicht angepflanzt sind, denn das müssen wir irgendwie hinbekommen. Roman, komm, warte mal, was haben wir denn für ein Ziel? Äh, jemanden umarmen. Warte mal, das könntest du ja theoretischerweise dann mal morgen machen oder sowas in der Art. Wir gehen jetzt erst mal aufs Klo. Ah, ja, genau. Begrüßt du gerade eben die Duschkabine? Ja, ja, das ist natürlich sehr schön. Also, wir haben heute tatsächlich nichts hinbekommen und Norbert hat nur 63 Simoleons verdient und es geht ihm wieder richtig übel. Ich glaube, er hasst seinen Job. Guck mal, er kommt immer nach Hause und hat wirklich immer schlechte Laune. Wir können ihm ja irgendwie mal reden, üben, Outfits probieren. Hier, sich selbst Zuspruch geben. Das möchte er ja unbedingt machen. Wenn wir da gleich weg sind, können wir das ruhig mal machen. So, also, wir haben jetzt noch ein bisschen Geld gemacht mit dem guten alten Norbert. Norbert geht dann wahrscheinlich auch gleich noch schlafen. Der geht wahrscheinlich jetzt erst noch mal duschen. Danach geht er wahrscheinlich schlafen. Mit Roman schauen wir jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Aber Roman hat schon mal heute sehr gute Fortschritte gemacht. Bis darauf, dass wir noch immer keine Dings-Karotten gefarmt haben. Das ist doch schlimm. Roman, du solltest dir da mehr Mühe geben. Am nächsten Tag werden wir auf jeden Fall mal nachsehen, wie wir das mit den Karotten hier hinten hinbekommen. Weil die liegen hier nämlich die ganze Zeit nur einfach herum und machen die ganze Zeit gar nichts. Ja, und ich muss schon sagen, heute haben wir auch herausgefunden, dass Flo wahrscheinlich der bessere Koch von uns ist. Das heißt, der gute alte Flo, der muss da ein bisschen seine Koch-Skills üben. Und Roman lässt da jetzt mal die Finger von. Weil bei ihm fängt meistens immer alles an zu brennen. Ach, ja. Jedenfalls, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und da hinten ist tatsächlich noch ein Erz gespawnt, so wie es aussieht. Ein Geistererz. Oh, Mann. Super cool. Da schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal vorbei in der nächsten Folge. Trotzdem, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Hau da rein, Leute. Ciao.